Die Alpenkönigin exklusiv aus dem Kernholz des Ahornstammes besticht mit ihrer feinen Hell-Dunkel-Schattierung. Die bündig eingearbeiteten Ecken aus Makassaholz, die dezent gemusterte Balkborte aus Massivholz, pflegeleichte Altsilber, patinierte Beschläge und die Echtholzknöpfe runden das Gesamtbild eindrucksvoll ab. Das Massivholzverdeck mit Casotto-Effekt ist dreifach verstellbar und schenkt der Alpenkönigin exklusiv ihr weiches Klangbild. Untertitelung des ZDF, 2020